Was ihr tut, gerade wenn es solche Sachen gibt, wo man aus den normalen 1, 2, 3, 5, 6, 7 rausgeht, am Anfang wieder mitzählen, bis das natürlich für euch wird. Das heißt nicht einfach nur irgendwie, sondern mitzählen, damit ihr die Steps in time macht. Deswegen zählen wir jetzt mal alle laut. Okay? 5, 6, 7, basic. 1, 2, 3, here we go. 5, 6, 7, and 1, 3, 4, 5. Again, jetzt höre ich auf zu zählen. 5, 6, 7, 1, 2, 3, go. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5. Yeah. In Englischweifzeiten gehen. Seite, tap, Seite, tap, Seite, tap, Seite, tap, Seite, tap, Seite, tap, Seite, tap. Seit keiner anderen Fußsekt ist das so gut, wie sieht das aus. Ihr könnt das natürlich so machen. Ja, aber das hat jeder ein paar Hände. Ja, machen wir nicht. Das heißt, schön fluch, direkt da ran. Direkt ran. Okay? Das heißt, Seite, tap, Seite, tap. Ich möchte, dass ihr mit eurem Schienbein hinten an die Wand... Ist ja richtig, ne? Oder ich kann... Hier. Das heißt, wir werden alle hier im Baumann. Baumann bedeutet, von hier nicht komplett gestreckt bis hier und zurück. Nicht komplett gestreckt. Nicht. So, dann nur... Baum, 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 Baum. Yeah. Okay. 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 I'm here doing it. Okay. That's what I call the crazy. Yeah. From the top. Von vorne. Einmal gucken. Wir haben gemacht. One, two, three. Five, six, seven. One, three, four, five. Tap, Seite, tap. Okay. Two, three. Five, six, go. And one. Three, four, five. And tap. And right, tap. Again. Again. Sieht ihr alles oder sollen wir die reinwechseln? Ja? Okay. Five. And ja, es ist klein. Five, six, go. Basic. One, two, three. Here we go. Five, six, seven. One, three, four, five. And tap. And side. And tap. Yes. Five, six, seven. One, four, three, four, five. Tap. Tap. Three, two, five, six, go. Here we go. And boom. Tap, tap, tap. Tap, tap. Tap, tap. Yes. Last time. One, two, three, five. Big. One, two, one. One, two, one. Tap, tap, tap. Tap, tap. Yes. One, two, five. Hi, everyone. I'm Philipp. And I've just finished teaching here at the Dance Art Mini Festival with my Salsa Men Styling Class. It was amazing energy, amazing people. I had so much fun. Thanks for inviting me to KT. Come around next year. I can really just, I can just say it's amazing. I can just say it's amazing.